hey da geht man einmal pissen die idioten hier eigentlich das noch rechtzeitig bemerkt habe so wir wechseln mal wieder zurück wir haben auch noch ein fertigkeitspunkt verfügbar das ist das hier brauchen wir jetzt und wir können noch einmal forschen oder wir haben das fertig nicht so schlimm wie gesagt die haben nämlich gerade eine leiche entdeckt haben hier durchgegeben nichts gesehen dort oben ist ein feind jetzt werde ich schon wieder angeschrieben ja genau wie der nicht sehen kann jetzt schießt doch mal auf die wichser genannt das kannst du doch nicht machen ja tötet sie alle geil juhu töten geil alter der hat hier sitzen ok niemand überlebt uns das merkt man muss immer in diesen komischen feuer modus das ist eine granate der guckste ich selbst ich hätte wirklich gerne waffen mit viel schuss also viel schuss nicht vier schuss vier schuss ich bin immer auch voll auf a getrennt mother fucker erwischt stück scheiße da war ich da war ich ein bisschen sehr euphorisch kann man kann man den ausschalten also ich will und ich werde keine granaten jetzt benutzen wahrscheinlich in diesem gebäude hier wow die drohne bewegt sich auch super schnell also hier unten ist irgendjemand und da ist auch noch irgendjemand oder sind das die dinge ich schreibe mal aus also sniper was für eine krasse explosion alter leiter ist leiter ist was für schwachsinn leute die ich kann zwar nicht gemacht aber also noch mal zweimal munition blüter gerade davor nebst noch eine kiste c4 ladung mk1 haben wir bekommen na komm öffne dich sesam öffne dich das ist geil so ich muss gerade nochmal vielleicht ist sie wichtig für euch ist das wahrscheinlich gar kein aufwand aber für mich ich ich nicht rüberspringen okay hat sich erledigt wir sehen uns gleich am land wieder und bis dahin sage ich also naja bis gleich so ich habe der person jetzt erstmal klar gemacht ey du auf mich zu nerven nein ich habe ihn in die fresse geschlagen nein auch nicht wir gucken mal was wir hier haben das bringt uns nichts zurück das ist unsere sniper das ist unsere komische andere waffe mobilität reichweite handhabung hier steht leider nicht die magazin ach doch da unten ganz klein 12 10 ja die hat jetzt 15 Schuss egal bei den Hosen hätten wir noch was aus dem Knieschoner Sprengstoffschaden ja machen wir mal ist egal war jetzt hier noch irgendwas Taktikkarte naja hier ist ja überall was Fundstücke Weltinfos sammeln müssen wir gleich Sinking Country Coal Island und Tiger Camp so wir haben natürlich einen Fertigkeitspunkt ich weiß auch überhaupt noch nicht was wir noch machen sollen warte mal rüssen die Vorteile aus um den Effekt zu halten alle Gegner an Reichweite markieren in Ghost War nicht verfügbar das ist gut gut äh okay Simultanschuss Drohne ermöglicht es bis zu drei Gegner gleichzeitig zu markieren benutzen sie LB während sie zielen oder in der Drohnenansicht sind um ihre Ziele auszuwählen dann LB halten um sie zu eliminieren im Grobmodus können bis zu zwölf Gegner mit der Simultan Alter kannst ja ganzes Camp infiltrieren Alter Sensorwerfer was ist das abgeschossene Markiergegner in großem Gebiet Gebrauchung wo haben wir die jetzt Fähigkeiten auch hier gibt es einen neuen rüsten sie einen zusätzlichen Vorteil aus um ihre ja ach ja stimmt genau warte mal äh hier nehmen wir mal nicht zusätzlich das sondern ähm Frage können wir den irgendwie ja wir können den ändern aber wir haben noch gerade wir haben noch gerade den Schuss hier oder ist das ein allgemeiner verstehe ich immer noch nicht aber egal ähm hier haben wir irgendwo in der Waffe wir sollten nach Aufklärungsgarten ausverhalten okay untersuchen äh ja nehmen wir jetzt mal das sind wahrscheinlich die letzten äh hier sind immer so explosive Dinge auf der Karte zumindest sehen die explosiv aus das beste ist nur die Militär also die sind auf der anderen Seite okay ach hier guck mal hier haben wir ein Helikopter ist auch cool ne nur im Peele Sprengstoff soll wahrscheinlich Granaten sein, ja, okay. Äh, hier gibt es noch Militionen. Militionen nehmen, aber wir können sie nicht nehmen. Hm, schau. Egal, ähm. Äh, okay. Ja, diese Grillen hier, ne? Das hört ihr leider nicht. Also seid froh, dass ihr es nicht hört. Jetzt hier rein? Nein, hier geht es nur zu rein, hier geht es nur aufs Dach. Können wir eine Granate da runterwerfen? Ja, können wir. Sehr gut. Unsere erste Granate. Cool. Au. Hier geht es glaube ich rein, ne? Da ist die Kiste. Ich suche immer nach solchen Kisten jetzt, ne? Also die sind mir vor allem wichtig. Wir sind im Monatsparadies. Da dulde ich keine Fernseher. So, viel Spaß damit. Ich habe noch eine Frage. Das konnte man zumindest in... Okay. Also man... ... konnte in... ...Whitelands die Fenster durchschießen und dann da durchspringen. Oder rüberspringen. Oder was weiß ich. So. Ich würde sagen, das Camp haben wir... Das Camp haben wir infiltriert. Hier gibt es noch kurz noch... Wo? Wahrscheinlich oben. Im Sniper-Turm. Irgendwas blinkt da zumindest. Los. C4 voll. Oh. Ich drücke immer wieder A, ne? Ich muss mich bald selbst schlagen. Ey wirklich. Vielleicht gibt es eine Munition. Okay. Noch mal Munition. Also wir können keine Munition noch nehmen. Okay. Okay. Gut. Wie gesagt, Leitern sind was für... ...Leute... ...die alt sind. Ich bin nicht alt. Ich habe aber schon ein Rückenproblem. Hä. Sie siehst du ja, wie sie immer... ...hier so. Gehen sie einfach, okay? So ein Ditter! Scheiße! Ja, was denn? Gehen sie einfach, wisst du? Arschloch. Was denn? Hast du mal einen Auftrag für mich, oder wat? Jetzt bist du gleich tot! Ich mag das so nah zu koschen. Na du? 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 hier in diesen Vorkosten. Oh, auf dem Turm. Ach doch, da. Hier auf der anderen Seite gab es auch noch einen Sniper-Turm. Da hinten. Nein. Ich krieg nicht genug Geld für sowas. Ja, naja, du wirst ja bezahlt. Sei froh. Oh, du fragst ja mal, dass die Leute meckern müssten, ey. Okay, da ist so ein, ich wollte gerade sagen, Unidad-Mitglied, aber ist ja von dieser komischen Sekte da. Mag ich es doch mal mit irgendeinem Gegner. Na, danke schön. Mhm, jetzt den. Das ganze Helipad. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal erst mal um den Sniper. Schalldämpfer bereit. Ha! Wir wissen ganz genau, dass wir hier sind. Ach, Quatsch. Wir wissen doch nicht, dass wir hier sind. Nachladen. So, noch ein bewegliches Ziel. Scheiße. Sehr gut. 285 Meter. Ach, du Scheiße. Ach, Quatsch. Und Anschuss. Das ist schön. Roger, bringe mich in Stellung. Ich bin schossbereit. Das ist schön. Das ist erledigt. Vergebnis. Vergebnis. Kannst du dich nicht nur ab gib auf. Ich bin, seineully zaftet. Ich bin dann noch lange schwarzen. Ich bin dann eins der Fall. Das ist immer los. Schwachbar. Ich bin dann zugun. Das ist warum... Ich bin gar nicht da. Mann, ey, was ist denn das für eine Scheiß jetzt gewesen? Oh, Mann, ey. Ich sehe einen Brecher. Gegner lokalisiert. Da. Jetzt wird's leiser. Vorsicht, der Feind operiert in unserem Sektor. Gutes Weg, Brustlid. Sie müssen hier sein. Sticht auf! Kein Kontakt! Feier frei! Wir hauen ab, wir hauen ab. Zumindest in eine andere Richtung. Zweimal zumindest in einem Satz. Genau, braucht ein Stück Scheiße. ich bin hier falls jemand fragt auch nur falls nein ich bin doch nicht hier hallo ich habe jetzt schon ab ich bin falsch behaupten Ja, ich geh in Deckung. Lade nach. So, perfekt. Ja, hätten wir auch entflammen können. Wären auch alle erstmal wach gewesen. Können die überhaupt explodieren? Vorsicht, wir haben Zivilisten im Einsatzgebiet. Hier sind doch irgendwo Feinde, aber frag mich bitte nicht wo. Oh, da oben wahrscheinlich in dem Grund, oder? Ich weiß mal nicht, was das bringen soll. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Wo sind die, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Okay? Okay, mal bald doof, okay. Ich glaub, ich hab einen auf der Karte. My they can't believe they are on the hole. Egal. Wir können jetzt erstmal reinholen und zieh kiss. Okay, die brauchen wir nicht. Die Kiste brauchen wir aber. Ach, das sind Spritzen. Ja, Spritzen machen wir nicht. Ach, als ob wir sterben. Entschuldigung. Tee, wenn wir irgendwann sterben. Bitte sind wir mal in so eine Schießerei reingekommen sind, dass wir nicht mehr rauskommen. Aber bisher funktioniert alles noch super. Jetzt sind wir los. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? What the actually, fuck, alter. Nur bleibt ja nur noch dieser Einsatzteam. Ey, what the fuck. So, dann gibt es hier drin noch eine Kiste. Joop, zeig mal her. Die haben wir doch schon. Oder ist die besser? Die hat ja... Wie viel Schuss hat die? 15. Öh, was? Die sieht auch besser aus. Das ist gut. Also, es geht ja nicht nur ums Aussehen. Es geht ja auch. So, wir gehen jetzt mal hier hoch. Wieso, hier ist doch niemand mehr. Oder? Also, ich sehe niemanden mehr. Ich weiß nicht, warum ich leise sein soll. Wahrscheinlich soll ich meine Fresse halten. Ja, das wird zu sagen, ja. Ich habe keine Granaten mehr? Bitte was? Ey, ich habe doch nur eine einzige Granate geworfen. Inventar. Die wäre besser. Die ist aber von der genauen, ne? Nehmen wir mal. Ähm. Warum haben wir keine Granaten mehr? Hier. Sind doch noch genug Granaten da. Also, wirklich. Wer denn bitte? Die hier? Die hat sich erledigt. Oh Gott. Das war klar. So. Dann gibt's hier noch nichts. Wir nehmen alles mit, was wir in die Finger kriegen. So. Dann gibt's hier noch nichts. Was ist das denn? Oder die ist ja noch schlechter an der PSG. Ach, Quatsch in der PSG. Na, wie heißt die? Ach doch. Na ja, ein G28. Na ja. Sag mal so. Na ja. Na ja. Geht da so. Das G28 oder G26 Gewehr. Das hier in Deutschland irgendwie. Irgendwie wird's einen Shitstorm hatte. So. Diese Kiste hier. Die öffnen wir auch nochmal. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier ab. Weil es ist ja nicht mehr hier. Nichts mehr. Hier. Dann würde ich sagen, machen wir zu diesem Biwak auf. Aber leider erst in der nächsten Folge. Und dann infiltrieren wir noch das hier. Und dann machen wir eins nach dem anderen. Dann erkunden wir erstmal das Island hier. Hat ja... Oh Gott, was ist das denn? Fohlene Stufe 100 plus. Ha! Das machen wir in der nächsten Folge. Mal schauen. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns. Und ich hoffe, dass mich dann auch niemand mehr anschreibt. Ich meine, wir haben es hier 23 Uhr 43 nachts. Also mich sollte niemand anschreiben. Krieg hier. Aggression. Handschuhe. Sentinel tragen wir nicht. Taktisch der Wester. Kommt von mir aus. Schuhe haben wir auch nochmal neue. Ausrüstung. Nein! Achso, das wäre die optimale so gesehen. Nehmen wir die hier. Gut, bis dahin in den nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, euer Fanto. Bis zum Beispiel. Bis dahin.